Bis jetzt läuft es ganz gut. Ich kann schon mal sagen, wenn das aktuelle Video, was hier gerade ist, 100 Likes bekommt, lade ich morgen schon den nächsten Teil hoch. So viele Explosionen, Dreckszombies, ey. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Lauf, 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 lauf. Testen wir sie mal. Ja, sie macht Schaden, sehr gut. Immer schön auf die Friffen einbollern. So, was kann man als nächstes machen? Ich glaube, ich werde mal... Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, wenn wir hier die Galvan Knuckles holen. Hm. Die sterben ja eh nur, wenn man auf die Köpfe einhämmert. Ob das so einen großen Unterschied jetzt macht, ob ich jetzt die Galvan Knuckles habe oder keine. Ich ballere eh meistens auf die ein. Ähm, wie machen wir das denn? Ne, ich hole die jetzt erstmal nicht. Ich upgrade gleich erstmal Galil. Kaboom. Bitte sterb, bitte sterb, bitte sterb, bitte sterb, bitte sterb. Ja, natürlich nicht. Sterben ist... Oh. Ah, hm. Merkst du, aber morgen brauchen wir die erstmal nicht upgraden. Ist noch nicht allzu dringend. Zombies? Zombies, wo steckt ihr? Na, da unten ist er. Wo ist der so bitter? Ich, ja, ja. Wow. Immer der Ruhe. So. Ah. Hier mal zumachen. Wohin ja nicht, dass es zieht. Ich werde gleich erst nochmal hier dieses Lauf-Dingens extra holen. Ich werde gleich locker genug haben, um noch beides zu holen. Also upgrade und... Upgrade und laufen. Dann holen wir das jetzt mal ganz, ganz, ganz schnell. Dann hoffen wir, dass wir nicht verrecken. Und nutzen wir die auch mal ein bisschen, damit sie sich nicht... Ey. Nicht so... Un... Nutzbar fühlt oder wie auch immer. Dass sie sich nicht so einsam fühlt. Wow. Das ist der letzte. Ja. Rein da. Wow. Das ist heiß. Lava ist heiß. Die Erkenntnissen von Alex. Ich glaube, ich werde die nochmal upgraden, damit ich ein anderes Visier habe. Ich finde das voll kacke. Doppelpunkt. Was ist das? Da ist das. Wow. Woah nicht einschließen ganz böse so runde zwölf läuft doch alles super gab es nicht irgendwo noch claymos und semtex wow 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 das sollte vielleicht nicht allzu oft machen mit dem schießen aus kurzer distanz und weg hier einfach weg hier so runde 13 und wir haben points die wir einfach mal ausgeben können da wir eh nix kaufen müssen ich werde mal einfach so aus spaß an die kiste und vielleicht gibt es ja irgendwie hier auch monkey bombs bei headshot only aber vielleicht kriegen wir eine raygun raus und die tötet auch bei normalen schüssen weil die explodiert ja im grunde genommen monkey bombs habe ich doch gerade noch von geredet und vielleicht kriegen wir auch die raygun jetzt weil ich eben von geredet habe die kiste gehorcht mir die kiste gehorcht mir atombombe achso ne die kiste hört tatsächlich auf mich also zwar nicht mit der atombombe aber auch noch etwas ganz gutes war da drin aber monkey bombs sind nun mal ein tick besser meiner meinung nach die kiste versteht mich das ist unglaublich die kiste gefällt mir ich mag sie ich mag sie ich mag sie sehr bengg beng gb beng 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 no god mein gott Lauf, 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 lauf. Das ist, ich weiß auch nicht, kaum kriegen wir gute Waffen, verrecken wir. Trink schneller, trink schneller. Da brauchen wir noch 300, dann wollen wir mal schnell rüber gehen und uns Juggernaut wieder besorgen. Ich mache das natürlich alles nur mit Spannender ist. Genau so sieht es aus. Peng. Peng. So. Ein paar Punkte brauchen wir noch. Aua. Nicht nett. Ganz böse. 30 Punkte werden wir oben noch bekommen. Hoffentlich. Ansonsten killen wir einfach schnell den Zombie. Na, brauchen wir gar nicht. So. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Oder auch nicht. Irgendwie stirbt er nicht. Geht doch. So. Hm. Man bräuchte vielleicht drei Waffen. Hier gibt es ja kein komisches Eselstritt. Oder vielleicht doch. Nein, doch nicht. Vielleicht nochmal gleich Slide of Hand holen. Oder Speed Cola oder wie man es auch immer nennen möchte. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig gehen. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Okay. Boah. Wow. Hey, die verrecken nicht, wenn man so auf, irgendwie, auf so eine, äh, Masse raufballert da. Erstmal hoch hier. Das Ding zumachen. Äh, als nächstes. Wir werden 3000 wieder Speed Cola kaufen. Und hoffen, dass wir bald mal Max Ammo bekommen. Das Spiel gehorcht mir. Das Spiel. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Das Spiel. Sehr nett von dir. Ich habe zwar in letzter Zeit ein bisschen... Nicht allzu gut von dir geredet. Aber du gehorcht mir also. Würde ich mal sagen. Sind wir jetzt endlich wieder quitt? Und ich kann jetzt endlich wieder ein bisschen positiv von dir reden. Oder sagen wir neutral. Leute. Wir stecken in der Sackgasse. Der Zombie hat keinen Kopf. Und wir haben Headshots only. Danke, äh, Treyarch. Für eure tolle Spielentwicklung. Für euer super durchdachtes Spiel.